Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hab noch ein Video, als ich in Köln war, das ist circa zwei Wochen her, da hatte ich noch Haare gehabt. Und ja Leute, ich wollte euch gerne das Video zeigen und deswegen würde ich einfach sagen, viel Spaß beim Video. Und ja Leute, in diesem Video wollte ich eigentlich Hater-Kommentare vorlesen und der liebe Joker. Joker, wenn du das Video siehst, bist du eigentlich zu bescheuert, um mir die ganzen Dateien zu schicken. Leute, es fehlt einfach der komplette Teil, aber jetzt zeige ich euch einfach den geilsten Teil, der einfach da war. Sag, dass du nur Job bist. Yo Leute, was geht ab? Heute haben wir uns gedacht, ich fick ihn und dann... Hier, Tugay schreibt, was für ein Opfer, wer ist das? Ist das der, der mit Mert ab und zu ein paar Videos gemacht hat? Ja, tu ja, Quatsch. Digga, was will der denn, ey? Ganz ehrlich, Leute, so kein Sinn, komm einfach auf meinen Kanal, kommentiert, so... Das ist traurig, wenn YouTuber so auf Absicht auf Beef machen. Ja, Mann, ey, trauen sich nicht so viele. Das ist halt wirklich so... Oh, Joke, was geht, Bruder? Ey, ey! Tugay, Bibi, alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut, auf jeden Fall. Look at my damn, da! Look at my damn! Was los, Digi? Alles gut, Digi? Du hast mich gedürzt, oder was ist das? Nein, Bruder, ich doch nicht, Mann. Kennst du dich, Digi? Digi, er meint irgendwas mit deinem Motor oder sowas, Digi. Irgendwas mit deinem Motor oder sowas, Digi. Oh, oh, oh! Du hast so einen Titel, wie du deinem Motor verleidigst, ne? Ich schwöre es mir gar nicht. Was? Okay. Ich mach dich mal ganz schnell, Bruder. Was ist los mit dir, Digi? Digi, Hamburg City, Bruder. Bruder, kennst du jetzt alles? Na, aber Leute, kennt ihr immer diese Internet-Rombos? Die denken, die wären es halt da. Ganz cool. Ja, so wie, äh... Wie heißt sie das? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Nein, okay, Leute. Und jetzt? Eigentlich nur, der war unnötig, aber ich dachte, ich war gerade hier. Und dann dachte ich, spring mal kurz in die Szene einfach rein. Du dachtest nicht, er dachte das? Genau, viel Spaß. Genau, okay. Wir sehen uns beim Hamburg, Bruder. So, Bruder, auch rein. Ciao! So, das war schon der beste Diss von allen. Es gibt nicht noch einen besseren Diss hier. War alles geplant, Leute. War nicht geplant. Der war nicht geplant. Der war nicht geplant. So, habe ich hier noch irgendwas, was besser ist, als das, was gerade Julia gemacht hat. Ähm... Ähm... Guck mal, wie so eine schwarze Frau ist. Wie so eine schwarze Frau. Girl? Ähm... Weißt du was? Ja. Liebock schreibt wie ein Missgeburt. Was ist das? Was ist das? Ich weiß, wer ist da scheiß drauf. So richtig und... Was passiert? Na, keine Ahnung, wie du sagst. Was ist das? Mach an, ab, oder? Da hast du dich irgendwo. Ja, gut. Ja, Leute, wir sind da. Wir sind hier. Ja. Ja, ich hab's da. Ja, ich hab' kein Bok mehr auf YouTube, Ligger. Okay. Ich war nicht mehr Absicht, Digger. Sorry. Löscht deinen Kanal, boah. Ja, Leute. Das war mit dem neuen Video. Wir sehen uns heute. Oh, das ist richtig gut. Kann ich den Möbel drücken? Der war nicht. Der war nicht. Der war nicht. Der war nicht. Ihr gens deinen Kanal. Macht einfach Applaus, heißt das. Yeeeeeeeey Jo Leute, wir haben das Video gefallen Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch meinen Daumen nach oben da Freunde Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und Leute, Tempt Natura ist dein Kanal, da habt ihr Link unten in der Videobeschreibung Und das von Joker auch unten in der Videobeschreibung Das ist ja so geil, dass das auf die Kamera gefallen wäre